Hallo und herzlich willkommen zurück zu Starbound. Wo waren wir stehen geblieben? Keine Ahnung, wo sind wir? Achso, in diesem System. Und wo wollten wir hin? Äh, ah, Ozean. Ähm... Ja, wir gucken mal, ne? Ob wir da drauf kommen. Was bist du? Okay, ähm... Äh, äh... Essen. Ähm, was Kleines. Popkörnchen und noch ein Pilzchen. Bezeit. Wird schlecht irgendwie. Okay, gehen wir mal runter und gucken uns das Ganze mal an. Hoffentlich landen wir nicht im Wasser. Oh, knapp. Okay. Zählt das Breathing EPP auch für unter Wasser? Finde ich ja, oder? Ach Gottchen. Du böse? Ja. Hallo? Oh. Oh. Hallo? Hi. Hallo, Young Traveller. Das Haus würde ich gerne mitnehmen. Es ist echt voll schön. Ähm... Tschüss. Kann ich? Ja, ich kann. Hi. Okay, also kann ich... Bim. Oh. Darkness. Nicht so cool. Um... Irgendwohin Rand. Wenigstens. Na, wer hat alles Angst vor tiefen Gewässern, hä? 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 Hast du hier ein Träumchen, hä? Hä? Am Rand entlang. Ja. Ja. Okay, es gibt kein... Oh. Okay. Der versunken ist statt, oder? Uh. Disse! Ne Disse! Oh mein Gott. Okay. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo ist wieder Eingang? Oh mein Gott. Das würde ich so schnell finden. Ehrlich jetzt nicht gedacht. Unter Wasser, Stadt, ey. Bist du dein Fünsch? Termium. Hi there. Aha. Ne, auch kein Eingang. Vielleicht bull ich mich hier durch, Freunde. Da sieht es aus wie eine Schleuse. Vielleicht. Habadabadaba. Hi. Oh, es ist tief. Uh. Das sieht so cool aus. Es ist wahnsinnig cool. Da ist die Schleuse. Wo ich das tue. Kurz, scanny, scanny. Alles so schön hier. Alles so neu und... ...schön. Habe ich dich? Kann ich die Sachen mitnehmen? Oh ja. Vielleicht? Hm? Gute Sache auf jeden Fall. So. Weiter machen hier. Ich bin stuck. Ah ja. Ah, das sind... Cool. Hallöchen, meine Freunde. Na? Was geht denn wohl so? Wir sind richtig hier. Wuhu. Coolio. Ich bin begeistert. Warning, schmorning. Lol. Ernsthaft? Really? Ich. Gut. Fangen wir hier mit an. Hopp. Oh. Fangen wir mit den Legs an. Gut. Oh, ein Laden. Mit einem Einhorn. Ich will es haben. Yay. Cola, Schokolade. Da ist schon matter um. Ich hoffe, wo kommt das Geräusch her? Hier muss ich auf jeden Fall alles scannen. Kommt die epische Musik her. Alter, Vater. Nicht Unicorn. How cute. Hi. Nee, danke. Flushies. Arcade. Hinweise. Erfolg. Cool. Da oben los. Noch eine Schleuse? Weiß nicht. Ich kriege keine Aufträge. Noch nicht. Yay. So. Da geht's. Ja, hier geht's hoch. Maschinenraum wahrscheinlich. Danger. Ups. Hier nicht. Hallo. Das zum Thema Danger? Achso, ich kann unterspringen. Oh. Würde ich vielleicht nicht machen. Okay. Alles gut. So. Oh. Oh, eine Küche. ein Restaurant. Das. Mhm. Cool. Uh, Bomben. In der Küche. Oha. Irgendwas. Bonbons. Schokolade. Kaffee. Mein Leben ist gerettet. Oh mein Gott. Apropos. Prost, Freunde. Prost, ich bin. Hell yeah. Alles abgescannt. Scheint. Oh. Aha. Mhm. Danke. Danke. Gung. Die einfach drauf los. Da ist eine verdammte Kiste. Die Disse ist voll in meinem Ohr. Gung. Ziemlich cool. Das ist ja ein Muschelmuseum. Ja, bestimmt viel zu scannen. Muscheln. Aller Art. Aha. Oh. Sehr gut. Da kann ich nicht drauf springen. Wisst ihr was? Ähm. Das geht hier nicht. Warum? Okay. Interessant. Darf ich mich dann durchbuddeln? Nein. Okay. Da ist noch so ein Ding. Da würde ich aber hochkommen. Theoretisch. Nomiplaschi. Aufstehen. Ja, geht doch. Aha. Uh. Cool. Airhockey. Oh, neuer Teleporter. Nice. Ich stehe auf Teleporter. Habe ich schon gehabt. Dich habe ich auch gehabt. Die blauen Lichter. Okay, wir müssen oben lang zur Disse. Endlich. Ein Party hier ins Leben bringen. Zeit. oi. Ist da noch was zu klauen? Uh. Eine Schreibfeder. Nee, nichts zu lesen. Uh. Nichts zu lesen. Globus. Lampe. Ich frage. Ah. Die sind fertig. Nice. Interessant. Ich habe noch nie von der großen Pogoden... 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 Pogodenbibliothek gehört. Ich benötige momentan keine weiteren... Pogodenbibliothek. Okay. Hm. Sehr asiatisch. Uh. Hier ist Club Area. Clubbing, Freunde. Clubbing. Ins. 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 Das ist ziemlich witzig, ehrlich gesagt. Gefällt mir. Ich will das scannen. Da. Die armen Nachbarn, die hier wohnen. Hier haben ich schon auch keinen Spaß am Leben. Also die hier oben, meine ich. Oh, ein Friedhof direkt unter die Disco. Das ist natürlich geil. Also... Das ist großartig. Glaube ich. Ähm. Warum auch nicht? Mein. Warum auch nicht? War ich das schon? Ja. Ja. Oh yeah. Gut. Wir scannen weiter. Uh. Samurai. Wer ist der denn? Er ist aber auch so ein Punching-Bag. Was sagen wir mal? Warum guckt der so böse? Weil er geschlagen wird. Immer und immer wieder. Haben wir's auch. Da ist noch ein... Krankenstation. Okay. Ziemlich cool. Halt. Hier ist das gleiche drin, ne? Ja. Ja. Das sind Wohnungen. Äh. Entschuldigung. Oh, ne Dusche im Abfluss. Oh, sorry. Das war jetzt ein bisschen peinlich. Aber gut. Die Wohnungen gefallen mir. So welche will ich auch bauen. Mit Badezimmer. Voll gut. Merkt euch das mal. Genauso will ich meine Häuser hier auch bauen. Oh, cool, cool, cool. Bist du ein Tier? Was finde ich? Cool. Cool, cool. Oh, nicht legen, wenn ich hier runterspringe. Ah! Hey, leges Blechle. Stop it. Spiel. Bitte. So. Soweit, so gut. Hier geht's wieder raus. Okay, cool. Das war doch mal sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Das ist Kohle wahrscheinlich. Viel mehr wird's wahrscheinlich hier nicht geben. Obwohl doch, ich hätte auch noch irgendwelche Dungeons oder so enthüllen. Uh. Vielleicht doch noch ein bisschen mehr. Gut, da gebe ich. Mal immer noch verscherbeln. Wenn's hart auf hart kommt, ja. Oh. Eine Kiste. Sister. Sister. Scuba-Dive. Seeräuberhose. Und ein Silberbohrer. Ui. Triffsalz. Salat. Salzsalat. Ei. Sehr interessant. Meine Höhle. Was du... glauben? Apropos. Was essen kurz. Was hier noch schlecht wird. Was hier noch schlecht wird. Noch frisch. Wollte essen. Wollte essen. Wollte essen hier so. Voll voll gemampft. Matschiger Sack. Bleh. Entschuldigung. Wollte. Ein bisschen zu viel. Keine 16 mehr. Freunde. Uh. Uh. Räuberhöhlen. Räuberhöhlen. Wann ich hier von unten ran, damit es nicht geflutet wird? Wüsterstein. Cool. Ich bin tiefer. Ich bin zu groß. Kopf ist zu dick. So. Geht das gut? Oder ist der Druck zu hoch? Der Druck ist zu hoch. Okay. Ähm. Halt. Stopp. Nicht fluten, bitte. Danke. War schon. Ui. Noch im Teleporterkern. Das nehme ich gerne. Cooler Lampe. Tschin. Nix drin. Na gut. Da war noch Pixels. Dann können wir es ja fluten. Okay. Ich brauche dringend mal so ein Licht-Dingsi. Ist da so ein Ding, was mir Licht um mich rum macht? Rieche ich denn das her? Oh. Oh. Oh, was ist das denn cooles? Oh. Baby Love. Ew. Eine Mupfel. So. Erstmal hier rein. Oh. Ich habe vielleicht vorher scannen. Ist das Gold? Oh. Oh mein Gott. Ernsthaft? Wie cool ist das denn bitte? Schatzblöcke. Das sage ich nicht nein. Ähm. Äh. Was kann hier unten alles? Oh mein Gott. Wie cool. Kann ich bitte? Erstmal alles abscannen. Wow. Wir haben eine Schatzkammer gefunden. Das ist ja super cool. Uh. Alles mitnehmen. Alles. Allen. Schatzvorrat. Hast du es so was gibt? Total witzig. Das sind echte Blöcke oder kann ich die wirklich in Pixel im Wandeln? Sind das direkt Pixel? Das wäre so witzig. Und wegen Kopfgeldjäger, wir werden Grabräuber. Ich sag's euch. Das ist unsere neue Zukunft hier. Unser neuer Beruf. Grabräubers. Kaboom. Ich find's klasse. Oh man. Super witzig. Ah. Du bist das Holz des Wasserdingses. Hier geht's runter. Oh. Warte. Ich dachte. Sehr cool. Na gut. Wir gehen ein bisschen weiter, weil das ist wirklich spannender als ich dachte. Nachgehen wir zur Space-Oma. Schote. Also wir können jetzt auch noch unter Wasser anbauen. Sehr interessant. Kann ich vielleicht mal... Mhm. Hier. Das ist nochmal so ein Ding. Hier ein bisschen Licht machen. Das ist gut. Licht ist gut. Ich schaue. Das ist doch mit Sicherheit absichtlich hier. Oder auch nicht. Hm. Platziergang am Meeresboden. Okay. Soweit so gut. Oh, da ist noch irgendwas. Noch eine untergegangene, alte... Was auch immer. Erstmal alles... Gähnen. Boys wegreiße. Mach, mach, mach. Sicherlich auch verkaufen. So ist er nicht. Nur so ein Pflanzen-Ding. Das kommt alles mit. Da war Licht drin. Ist okay. Okay. Doch weniger zu wohnen, als ich dachte. Na gut. So. So. Sonst noch was? Und? Oil erscheinend. Gut. Dann können wir mal gucken, was wir in den Rüffschoten allen so ein Mist dann mal kochen können. Gut. Ich würde sagen, ab nach oben. Oh, fuck. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Gut. So. Uiuiui. Das war ein Abenteuer. Cool. So. Als erstes gehen wir mal ganz kurz zu unserem... Witzle. Da müssen wir auch dringend weiterarbeiten, weil das wird langsam zu klein. Wir brauchen eine Küche, wir brauchen einen Wissenschaftsraum, wir brauchen einen Dingsraum, wir brauchen alles. Alles gut gewachsen. Das gefällt mir. So. Habe ich noch Platz für neue Samen? Die Schoten. Dann tauschen wir das mal aus. Regen. So. Samen. Strommais. Bralle. Hier unten. Das da. Okay. Kochdingens. Haben wir schon ein neues Kochteil? Kann ich glaube ich dazu upgraden? Silizium Platine. Oh Gott. Ich glaube nicht. Nein, nein, nein. Kochen war was anderes. Kochen war... Da. Das ist doch ein Idiot. Ja. So. Erbsenperlenbrühe. Riffsaft. Klingt schon ekelig. Nun gut. Sollte ich vielleicht mal eine Kiste mit... Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Habe ich... Erze? Nein. Warum schläfst du hier? Bist du doof? Ein eigenes Bett? Hast du nicht? Oh. Aufwachen. Gib mir dein Geld. Los. Der Verschlag hier, ey. Sieht echt scheppig aus. Ziemlich scheppig. Sorry. Cool. Meistsam. Wow. Ich bin enttäuscht. Nun denn. Ähm. Gut. Ein paar Sachen wegpacken. Habe ich noch hier. Bausachen. Die guten. Uh. Schatzvorrat. Oh mein Gott. Das ist echt super. Abruptes Ende. Ähm. Ziegelstein. Plasterstein. Der Rest. Und hier hin. Das kommt nochmal nach drüben, weil das ist ziemlich witzig. Okay. Habe ich hier noch irgendwas zum Ablegen? Eigentlich, oder? So viel habe ich gar nicht geklaut, ne? Doch die ganzen... Die kann ich verkaufen. Bis auf den Aircook Hockey. Der Aircook Hockey kommt auf jeden Fall. Mal hier reinsetzen. Ups. Dorthin. Oh, es passt nicht. Mann. So. Aircook Hockey. Sonst noch irgendwas cooles? Außer das Ding, das kann ich hier... Ähm. Mist. Nein, so. Okay. Irgendwas cooles sonst noch? Behalten wollen würde, die Kerze. Du nicht nehmen, Kerze. Auf jeden Fall. Das steht ja wohl klar. So. Hm. Kisten, ja. Sitzling ist mir egal. Oh, gut. Vulkan. Okay. Aha. Aha. Ägyptisch irgendwas? Gut. Sagen wir verkaufen, war. Absolut. So. Wir können uns neue Teleporter kaufen. Zwei Stück. Weil wir zwei Teleporterkerne haben und jetzt zwei wieder kaufen können. Aber die sind ziemlich teuer, deswegen machen wir das vielleicht erstmal nicht. Ich wollte verkaufen, genau. Ich glaube, wo ist egal. Glaube ich jedenfalls. Pisten interessieren mich nicht. Ägyptischer Shit. Es ist alles nicht viel wert. Schade. Wandlampe. lebende Wandlampe vor allem. Naja, besser als nix, ne? So, was bist du? Glühendes, gelbes Fragment. Aha. Au, leges Essen. Verdammt. Sonst muss man was verkaufen können, was nicht mehr gut ist. Das fängt ganz mal an zu riechen. Der Mais, äh, der Reis. Wir sind okay. Ist das okay? Okay. Okay. Ein Superheld. Ein Power Ranger. So, fein die fein. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin. Tschüssü. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.